Sicher? Nicht, dass es irgendwo verwinkelte Sachen gibt oder so und der die irgendwo da reingetragen hat. Ich dachte, du weißt, wo hier geheime Sachen da sind. Ja, ich weiß nur, dass er irgendwo geheime Sachen da hat, aber ich weiß nicht genau wo, ey. Hier ist eine geheime Kiste. Hä? Wie? Hä? Hä? Was ist da drin? Sag mal. Oh mein Gott. Oha. Sind das meine Dias? Das heißt, das Lof, den ich die Wahrheit gesagt habe. Hat der auch Dias geklaut? Weiß ich nicht, vielleicht klaut der Dias oder so. Oha.